Hallo Youtube Hi Dein Schnaz Und Hi Wieder zurück wie immer Ich hasse es wenn diese Bitch hier japanisch redet Ja wir fahren mit der Takao Konnte man sich erspielen Für 50 Tier 8 oder 9er Siege 8er ne Genau Haben wir beide ja ist schön blau Ich hasse es wenn der Captain japanisch redet Weil ich es nicht verstehe Ja Basti versteht es einigermaßen weil Er versteht es einfach Ne Basti du verstehst es Ja genauso gut wie du Ja also sag ich doch einigermaßen Nicht Ja ist eigentlich die Takao Bloß mit Blauem Anstrich und Und einem anderen Captain Ja Ja also ist eigentlich ein gratis Premium Schiff Was man sich erspielen können Ja Wir spielen gegen Neyamato Ich habe jetzt schon keinen Bock Nein Einen Tag habe ich eine weggetoppt Mit der Takao Ja Ja Ein Flugzeugträger wäre irgendwie schön Hm Ich bin schon am überlegen ob ich es mir so nah reinmache Hm ich sehe es Und irgendein Zerstörer ist schon im Cap-Kreis Ja ich bin am überlegen ob ich mir irgendwie so nah reinmache Anstatt äh Verbesserte Flag-Defense Haben wir sofort Hm Renner, Zau und Tierpaste Sie sich zurückhalten Also noch bin ich nie offen Na ne ich könnte zwar schließen aber ich warte mal noch Ich bin offen Hm 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 Fick Hm hm Oh, Kab yayo Finde ich gut Ich hab Warte bis Oh oh Auf mich Oder? Der Russe ballert auf mich Und hat spaß daran Kon société Jau Trumps Präsident Unter die ersten Amtshandlung Er wirft eine Schwarze Familie aus dem weißen haus genau mein humor ist das schlecht was sie du kassierst leichter ich habe mich schon um hochheilen gute runde würde ich sagen ich werde auch nicht länger durchhalten hintenburg hallo verpiss dich ist mein einer torpedower komplett im arsch oder was falsch mit dem alter wie viel schaden war da bitte die werden die gott die schießt mit ap ach ja mein eiter torpedowerfer war ja zerstört ich bin tot ich lebe noch ich habe nicht durchschlagen von der yamato überlebt habt ihr nichts wichtiges getroffen doch torpedowerfer ist zerstört zerstörer ich hasse dich ich bin dauernd ja ich hänge noch einen dran kommt was wir hängen noch eine dran das war eine shitrunde deswegen hängen wir jetzt noch eine mit unseren lieblingsschiffen dran schade dass ich das nicht aufgenommen habe als ich hier diesen 5 oder 6k gemacht habe das war so eine geile runde ach du hast jetzt ja die dinge die stimme ist ganz angenehm das gefällt mir wenn es nicht die diese map wäre wo ich irgendwie so im suizid gefährdet wäre was sagst du mit dir durch was habe ich gerade mit suizid gefährdet gesagt ja komm schon ich 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 tue es einfach diesmal fährst du vor sonst bin ich immer vorgefahren ich hoffe die flugzeugträger gehen instant auf uns ich hoffe die flugzeugträger gehen instant auf uns genau oh nein die gegner haben nicht nice and now okay wir auch das gut was bei fuso in new york kongo fitchi juhu fuck so wo sind die natschi ach guck einmal was sie gewäck ich sehe ich sehe das was die wenn hast du es brav schön wegdrehen sagt ich soll vorfahren fährt mir aber gerade davon ja schulz wer macht links wenn man rechts ja wird links mal ihr habt die ganze schon links eigentlich haben wir immer noch auf links drauf gehalten rechts ignoriert ja das stimmt also irgendwie immer wenn wir mitte durchfahren also eigentlich immer ähm kommen wir zwar drüben an aber gehen meistens kurze nach drauf ja und sind alle links das wollte ich sagen rechts ist oh ashigara yeah man ich hasse das dass ich die torps nicht gescheit setzen kann bei dem ding also für die lücke hier bringt ja schade die fitchi wäre ein leichtes ziel gewesen weil die halt so um 0 wird uns gegen kommen das ist jetzt nicht so geil ich frage mich wo die flugzeuge bleiben das ist es dann klugzeuge äh wirbelsturm hier wirbelsturm warten hier mal lass aber die doppelgefühl die meisten noch ein ein kann ich kann halt keine top sitzen weil dir so scheiße jetzt könntest du jetzt rückwärts fahren hallo vom schaden er war okay flag die fences an und da geht's los rader da 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 und sie es kommen nicht mal zu uns und da kommt die nächste ich feiere das wir haben gerade zwei stoffen runter geholt ja fünf flugzeuge habe ich wie du die fitchi kommt zurück die warten dort alle ich habe gerade aber weißt du was ich mache ich stelle mich so hin dass ich toppen kann weil ich habe so ein gefühl mit der fitchi und das gucken kommt explodiert die jahri gara ist naja sie kommt gucken ja hat wehgetan und da kommen die top ja ist okay scheiß molotow ne du triffst du mir deinen drehstorps nicht ja sie kommt sie kommt gucken ja sie kommt ja die hat zu nah gezogen fuck du hast aber auch noch zwei ja aber ich kann mich in die auch noch schwer stellen und sie zündet fucking smoke das jetzt schlecht die kongo kann hier drüber schießen was ist das denn genau damit kann hier vorne ich bin dort ja aber die kriegt mich mit top blöp ah bin ich down topen die jetzt mich ne jetzt sind sie afk weil sie gerade nicht die okay nice ja was sie da ich glaube die werden nicht lang halten und 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 ach komm schon ah 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 ich hab gedacht dass die in den winkel so kraft durchkommt ah ah naja gut dann haben wir die zweite folge auf auch die war ja mal wieder richtig scheiße danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss youtube tschüss youtube tschüss